Er hielt meine Hand, das war ein Anfang. Es gab mir was. Ich spürte das in meinem Gang. Ich weiß noch, was ich tue. Ich weiß, wann Schluss ist. Ich könnte aufhören, wenn ich wollte. Jederzeit. Geht's dir um Leben und Tod oder was? Der Junge, der soll einfach nur ein bisschen früher als sonst ins Bett, ja? Komm, 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 komm. Ich hab mich im Griff. Kein Kotzen mehr. Keine Blackouts. Nein. Da bin ich drüber weg. Na, ich würde gerne mit Nicole drüber sprechen. Ich glaub, dann könnte ich aufhören. Ey, noch bevor ich mit der Grundschule fertig war, noch bevor ich irgendwas über Sex wusste, Schlampe, rieche ich noch. Überall im ganzen Haus rieche ich noch Karl. Besonders in den Kissen. Brotmesser, Kochtopf, Bürste. Er riss mir die Haare büschelweise aus, egal wie mies ich drauf bin. Schmerzen habe, zittere. Jack kriegt seine Gute-Nacht-Geschichte. Ohne Abkürzung. Als ich sah, wie der Nicole anguckte, als ich seine Augen sah. Die hatten alle Schiss vor Karl. Fand ich super. Wer hat eine Frau umgebracht? Karl Spencer. Das kommt bestimmt im Fernsehen. In den Nachrichten. Okay. Was jetzt? Frag mich was leichteres. Frag mich was leichter, Steuer. sucked mich, Holl, ich hab' eigenrer. Untertitelung des ZDF, 2020